Willkommen bei Mexiko Anleitungen und Tutorials. Heute zeige ich dir, wie du Linux, die Linux Partition und den Boot Manager entfernst ohne die Windows Installation zu beschädigen und ohne dass du einen Windows Datenträger benötigst. Das Tutorial richtet sich an alle die Linux Mint, Ubuntu oder ähnliches zusätzlich zu Windows auf ihrem PC installiert haben und Linux sowie den Boot Manager jetzt löschen wollen. Außerdem zeige ich wie du die beiden getrennten Partitionen wieder zu einer großen Partition nur für Windows machst. Ich zeige es unter Windows 7, es funktioniert aber mit anderen Windows Versionen genauso. Bevor du anfängst solltest du auf jeden Fall deine Daten extern sichern. Normalerweise bleibt deine Windows Partition inklusive der Daten unbeschädigt, aber es kann immer was schief gehen. Deine Daten auf der Linux Partition werden auf jeden Fall gelöscht, also vorher Daten sichern. Links zu weiteren Linux Videos von mir findest du in der Videobeschreibung. Bitte sieh dir das Video komplett an, dann sollte es auch bei dir problemlos klappen. Um den Linux Boot Manager zu löschen lädst du dir zuerst das kostenlose Programm Easy BCD herunter. Link zum Gratis Download in der Videobeschreibung. Klicke auf zum Download und dann auf Download Server Chip Online. Weil es so schön war gleich nochmal auf zum Download klicken. Jetzt will dein Browser wissen was er damit soll. Klicke auf Ausführen und bestätige die Warnmeldung mit Ja. Starte die Installation indem du auf Next klickst. Stimme dem Lizenzvertrag mit I agree zu. Wenn du kein Desktop Symbol haben willst, entferne das Häkchen und klicke auf Next. Nun noch auf Install klicken. Nach ein paar Sekunden ist es fertig und du kannst auf Finish klicken. Danach kannst du Deutsch als Sprache wählen und mit Go bestätigen. Danach noch die Warnung bestätigen, natürlich nachdem du sie aufmerksam studiert hast. Endlich kann es losgehen. Klicke auf BCD Installation. Unter MBR Konfigurationsoptionen wählst du den oberen Punkt wenn du Windows Vista oder Neuer hast oder den unteren Punkt wenn du Windows XP benutzt. Klicke dann auf Schreibe MBR und warte bis der Ladebalken verschwunden ist. Klicke dann auf Startmenü bearbeiten. Wähle den Punkt Startmenü überspringen an und klicke auf Einstellungen speichern. Du kannst das Programm jetzt beenden. Den Linux Boot Manager haben wir jetzt schon mal entfernt. Öffne das Startmenü und mache einen Rechtsklick auf Computer. Klicke auf Verwalten. In anderen Windows Versionen musst du eventuell die Computerverwaltung suchen. Klicke auf Datenträger Verwaltung. Dort siehst du jetzt alle deine Datenträger und Partitionen. Mache einen Rechtsklick auf eine der namenlosen Partitionen und wähle Volume löschen aus. Du wirst gewarnt, dass dadurch alle Daten auf dieser Partition gelöscht werden. Das ist ernst gemeint. Sichere also vorher deine Daten von den Linux Partitionen. Die sind sonst verloren. Wiederhole den Schritt mit allen namenlosen Partitionen. In der Regel sind es zwei. Unten in der Übersicht hast du nun rechts einen grünen Block. Mache darauf einen Rechtsklick und wähle Partition löschen. Wieder eine Warnung, die du mit Ja bestätigen musst. Mache dann einen Rechtsklick auf der Partition C. Das ist die Partition auf der Windows liegt. Wähle Volume erweitern aus. Klicke auf Weiter, nochmal auf Weiter und dann auf Fertigstellen. Je nach PC Leistung dauert es eine ganze Weile. Dann siehst du, dass die Partition C gewachsen ist. Nun der Beweis, dass es tatsächlich klappt. Ich klicke im Startmenü auf Computer. Wie du siehst, wird bei mir die Partition C mit dem gesamten Speicher der Festplatte angezeigt. Außerdem starte ich noch schnell neu, dann siehst du, dass der Linux Boot Manager nicht mehr kommt und Windows ohne Verzögerung gestartet wird. Links zu meinen anderen Linux Anleitungen und zum Forum Linux statt Windows sind unten in der Videobeschreibung. Solltest du noch Fragen haben, poste sie unten in den Kommentaren. Vielen Dank fürs Zuschauen, bitte gib mir einen Daumen hoch und abonniere meinen Kanal. Keine Angst, das kostet nichts. Das bedeutet nur, dass du von YouTube informiert wirst, wenn es von mir neue Videos zu sehen gibt. Und hier findest du mich im Web, bei Twitter und bei Facebook. Bis zum nächsten Mal bei Mexiko Anleitungen und Tutorials.